Ich lerne Deutsch. Nummer 2431 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genau das habe ich mir immer gewünscht. Kaufst du es mir? Möchtest du auch in unserem Team tätig werden? Bewirb dich einfach online bei uns. Die Schmerzen an meiner Schulter sind wieder da. Die Schmerzen an meiner Schulter sind wieder da. Die Massage hat nicht geholfen. Ich bin die Gründerin dieser Firma. Mit 18 Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin die Gründerin dieser Firma. Mit 18 Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Willst du meine Wasserflasche haben? Es ist wichtig, dass du etwas trinkst. Willst du meine Wasserflasche haben? Es ist wichtig, dass du etwas trinkst. Wenn du ständig Kopfschmerzen hast, solltest du einen Arzt aufsuchen. Wenn du ständig Kopfschmerzen hast, solltest du einen Arzt aufsuchen. Ich liebe Einhörner, Märchen, Tiere, aber auch Outdoor-Spielzeug, spannende Experimente und herausfordernde Spiele. Am Strand liegen viele leere Plastikflaschen, die dort nicht hingehören. Am Strand liegen viele leere Plastikflaschen, die dort nicht hingehören. Wenigstens zu Weihnachten will ich mich mal bei dir melden. Wenigstens zu Weihnachten will ich mich mal bei dir melden. Irgendwie hatte ich das ganze Jahr keine Zeit dazu. Warmes Wasser und ein sauberes Handtuch reichen für die Morgenwäsche aus. Diese sanfte Reinigung lässt die Hautbarriere intakt und beugt so Hautproblemen vor. Warmes Wasser und ein sauberes Handtuch reichen für die Morgenwäsche aus. Diese sanfte Reinigung lässt die Hautbarriere intakt und beugt so Hautproblemen vor. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Operation ist schwieriger als erwartet. Wir brauchen noch mehr Blutkonserven. Du musst mich nicht halten. Du musst mich nicht halten. Ich kann alleine rutschen. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Mir scheint, dass Finn schläft. Ich habe noch nichts von ihm gehört. Ich bin nach meiner Verletzung wieder voll auf der Höhe und werde an diesem Wochenende wieder in den Ring steigen. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Ich wusste nicht, dass es in der Nähe des Eiffelturms eine so große Wiese gibt. Maria läuft durch das Lavendelfeld. Sie breitet ihre Arme aus. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Magst du auch Donuts? Die sind lecker. Du siehst nicht gut aus. Du solltest dein Fieber messen. Hier ist das Thermometer. Mit meinem Mountainbike geht es steil bergauf. Mit meinem Mountainbike geht es steil bergauf. Ich fühle mich immer noch schlecht, obwohl ich schon so viele Tabletten genommen habe. Ich fühle mich immer noch schlecht, obwohl ich schon so viele Tabletten genommen habe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich fühle mich. 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 Ich fühle mich.